Founders channel? Nee, Founders offline. Yo, Zarok, ich wünsche dir was. Ich weiß nicht mal, ob ich deinen Namen richtig ausspreche. Lucky Lalala hier, 31, aus Südkorea. Lucky... Lucky... Lucky Kala. Zwei Stils halt sofort, was ist denn hier los? Ein dreckiger Drongo. Ein dreckiger. Das war wieder... Das war wieder dran gewöhnen. Oh nein. Ich hab immer einen Disco-Lock über den Spiel zwischendurch. Ich hab das auch Probleme, manchmal. Nee. Und dann krieg ich Fehler, P22111. Dann kann ich wieder replay, krieg ich wahrscheinlich gleich. Ich hatte hier noch nie überhaupt irgendwas. Ich hab nie rausgeflogen. Das hab ich lesen lassen, das ist aber nett. Alter, lass ja lauter mal schauen. Bei mir ist er von Leid. Kann ich ihn gar nicht mehr töten. Richtig glatt. Spiel mal schauen. Kalari? Ja. Wer ist denn Kalari? Mal schauen, das geht mal. Ich bin Kalari. Siehste? 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 Immer wieder. Ein Feed ist hier. Kalari, offlane. Ist auch besser als unser letzter Schuss, ey. Timo, bist du noch da? Timo, bist du noch da? Cool, auf den einen. Nimm mal einen Drink. Ich troll, glaube ich. Wie hat dich nicht? Vielleicht hat er auch einen Disconnect. Nee, 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 so mach ich das nicht. Alter. Ich hab keinen Heiltrank mehr. Oberprime macht der Rechtsklick mehr Schaden als hier. Das Schild doch auch, wenn wir es brauchen. Jetzt zum Beispiel. Loll, wir haben uns gegenseitig gekillt. Loll. Loll. Oh, da kommt kein Mera. Pass auf, Timo. Das ist jetzt die Frage. Ich hab wie viel? Er hat 17 last hitze, ich 19. Vielleicht hab ich Glück und er kann das Item noch nicht kaufen. Wollen wir grad mal die Cola einschenken hier. Wollen wir dich mal Gold machen? Ich pushe hier ein bisschen raus. Jo. Push it up, push it down. Mitte geht was ab. Mitte geht was ab. Da kommt Drongo. Mach den Gold. Jungs, 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 Jungs. Was ist? Alter, warum bist du nur nicht mehr drauf? Versteh ich nicht. Ich hab den Gold-Buff gemacht. Ich kam mir doch nicht hinterher. Wer ist denn hier in der... Hä? Was macht ein Fatal hier? Ich geh weg. Mit bisschen 0% hier. Kannst du ja erst killen und dann immer noch mal. Ich kam doch. Wie soll ich denn da hinterher kommen? Du warst, was weiß ich, wo. Außerdem war der Call Gold-Buff machen und nicht irgendwie ein Quiseln. Ist ja deine Grundgenetik-Quiseln, Alter. Ja, wenn ich hinterher komme, hätte ich ja was gemacht. Aber du warst ja da. Du warst ja schon vorne auf der Lane. Da war ich standig noch mal beim Gold-Buff. Komm von der Seite. Mal gucken, was ich machen kann. Alter. Oh, ich hab das ja schon wieder empfangen, ne? Ich glaube, ich war so ein Tod. Ein Feind hat fallen. Alter, der klaut der mir den Kill. Unglaublich hier. Oh, da kommt noch einer. Camera. Du bist weg. Ich bin low. Komm rüber. Nach rechts komm ich. Komm an, du nach rechts, ja. Genau, Kamera. Ja, der geht back. Okay, er bringt. Lass den Trinken machen. Jo, gute Idee. Oh, links hat er uns geschickt. Schau mal, schau mal. Enemy Tower under attack. Der ist doch gleich weg. Der hat nur nicht mehr ein Prozent Leben verloren. Oh, da kommt einer. Nein, was war das denn? Keine Ahnung. Ich muss mal weg. Hey, was war das denn, Alter? Was war das denn? Was war das denn, Alter? Was war das denn, Alter? So, Dima. Wie sollen wir jetzt sehen? Äh, links ist mit. Die selben Stats wie Fatal oder Pine. Ah. Bond ist immer noch miss. Hier ist halt ein Bangel bei uns, links. Komm mal mit. Oh ja. Ach, scheiße. Die kriegen nicht mehr. Okay. Dann wieder das Connect. Ja, ja. Hast du es nicht bei den anderen Games auch schon? Nee, nee. Also bei dem. Hast du die Flasche? Ja, ja. Ja, ist er doch. Also ganz komisch halt, das ist, äh, ja. Ich hab auch schon da über Fehler, äh, gelockt. Oh, jetzt hat er mich geseilen, der Boy hier. Komm nach rechts. Ja, das ist mit Lenker mal rechts. Ich hab noch keine Ruhe. Sind die bereit? Ja. Die gehen weg. Die gehen weg. Die haben ein Wort gestellt. Die worden muss es die worden. Ja, das ist nichts. Komisch. Jetzt hab ich Olde. Wenn du Olde hast, Dima, direkt drauf. Ja. Aber erstmal auf Drongo. Ja. 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 Ich geh den Mitlainer nicht mehr, falls der jetzt nicht gut. Ich sehn. Jetzt hab ich Olde. Ich muss warten, bis er dicht da dran ist. Komm nicht mehr dicht da ran, lass die Sandset vor ihm. Die ist wahnsinnig wenig verstorund. Der ist jetzt Level 5. Geh mal raus. Kätze. Oh, er blingt wohl. Oh, Countess. Sehr gut. Oh, Camera, Camera. Alter, ist der gesprungen. Die Countess kommt in der Mitte. Ne, lass raus. Krass, wie ist der da hinterher gekommen? Keine Ahnung. Oh. Who knows. Allied Tower, under attack. Geh wieder weg. Ja. Da kommt der Drongo. Drongo? Boah. Lauf, Timo. Hat er dich? What? Ich hab mich extra davor gestellt. Krass. Ja, das war einige Sachen. Kalari, ich komm weg. Kalari, kannst auf. Ja, komm da. 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 Warte, komm da. Komm da. Rapptoss ist bald wieder da. Ist der Drongo da? Ja. Komm da, aus dem Channel hier. Komm mal da. Komm da. Gold-Buff-Demo, komm mal schnell und tank mal den. So, ich muss back, ich hab gar keine Leben mehr, damit wir gleich den Dings machen können. Die kaufen wir einen Sky-Splitter. Okay. Was? Ich glaube, die gehen zum Terminal. Ja, okay. Er hat gewordet. Bleibt er bei Pred oder zockt ihr Overprime? Wir haben gestern Overprime gespielt. Also wenn Overprime nicht besser wird, dann... Oh, der kam ja, der ist echt mega low. Das ist ja eine Old-Demo. Sehr gut, krass, war krass. Na schön. Und kommt es halt auch ulti raus. Ja, dann lass mal den Rapton machen. Ja. Das ist immer ein Fang. Komm, die mal. Alter. Fake, ja. Hätten wir uns in Gold erstmal einen Feskin. Oh, bei uns ist er in einer Rauch. Achso, bist du du? Ja, ich bin das. Ja, keine Ahnung, warum das ist. Ja, der Stil steht hier hinten. Oh Gott. Lass, lass aufhören. Lass das doch machen. Ich bin nur noch half live. Ja, ich komm auch. Ja, dann gilt mal dem Stil. Ja, geil. Ich bin tot. Kleiner. Kleiner Job. Ich bin tot. Haben wir auch verloren. Schön. Ah. Natürlich kriegt der... Wir haben aber auch riesiges Becken, wenn der Wunder kommt. Hier, kommst du's bei mir. Ich nehm dir's an alle weg, Logi. Kau, ich ich das mal mit zu kurz... Oh, du musst es einfach abgehauen. Kann auch nicht sein, Alter. Lary. Kommt mal rechts. Ah, okay. Schau und ist tot. Ist ja schon wieder rausgeflogen, Digger. Ich komm, ich komm, Dima, fighte. Ey, sind die zweite Countess. Der kommt wieder, der Chimera, der Chimera, der weiß. So, wird die Countesskale. Man ist tot. Alter, kimm mal den Chimera. Haben wir einen Tank? Oh, das ist der Stil hinter mir. Ich hab auch zu viel daneben geballert. Der Chimera hat die Axt gezündet. Mal schauen, steht in der Base. Der ist ja Disconnect, ich find schon wieder Disconnect. Keine Ahnung, was da ist. Meine eher für die Zukunft Overprime haben die echt gut gemacht, aber das Game ist ja einfach so schnell. Was heißt in der Zukunft? Also, ich spiele halt das Game, das Spaß macht. Solange Overprime Spaß macht, spiele ich Overprime. Deckniss ich mal lauter machen, das ist mir leid, Alter. Bin ich leise? 180 Prozent. Ihr seid bei mir so leise. So an mir, sag ich ja. Wann lag ich an mir? Chat, hört ihr alle aus dem Discord gut? Oder sind die bei euch auch leise? Das wäre halt mal ein richtiges Headset bestellen. Und dann die Tonausgabe verlaufen. Das ist ein Count, das liegt am Jungle. Wo denn? Da. Ich seh da einen Tongo. Ah, ok. Das ist das, was wir machen. Er ist allein, ne? Glaube ich. Verdammt. Ah. Der klingt jetzt nicht mehr ganz raus. Okay, da kommt der... Ich gehe mal hier im Jungle. Das ist interessant. Die macht, die macht, die macht, die macht. Alter, sein Schild. Das ist ein schönes Schild hier. Oh, er drungen hat er gar nichts. Ah, schade, gegen den Tower. Ja, ich... Also... Deck Goldfass, 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 ne? Ich mach den Tower hier erstmal. Hinter mir Contest, Dimo. Ja, das ist gut. Ah, ey, die hat so wenig HP. Hä, hab ich schon wieder vorleid. Haltleid. Leute, Alter. War ja fail. Quenz. Haben wir jetzt nicht mal den Tower bekommen? Ne. Ne. Was baue ich denn jetzt noch? ADC. Terminus. Das ist mal so ein Sand Tower. Mega. Mega geil. Ich komm nach rechts mit. Ja, unser Tower ist weg. Contest, kannst drauf gehen. Contest fertig? Oder, wer ist ein Contest von uns? Oh, hier ist ein Camura. Der kommt bei euch. Der ist direkt hinter mir. Komm, komm, komm. Kann der denn noch was machen? Ne. Kann der denn so schnell sein läuft? Äh, Raptor ist da. Dann komm. Komm, solange zwei tot sind. Hier oben. Gut, jetzt deren Tower holen. Ja, ich komm mit. Ich bin strong, ich hab zwei fuller Items mit irgendwie so Damage drin. Oh, wir haben ja Level 13. Golper? Ja. Mitte wird... Oh, Mitte, oder? Wollen wir Mitte klopfen? Dranko, Dranko, Dranko ist hier. Oh, also, ich hab mich in mir. Da ist aber noch... Die kommen da hin. Pass auf, hier im Jungle. Ich hab Blink und Starrs ist fertig. Alter. Das war ein geiler Standard, Alter. Oh, warte, jetzt mal. Oh, der linke Torwart, was ist weg? Wer ist denn auf der linken Lane nochmal? Äh, unser, unser Disconnector. Digga, mal schauen. Äh. Ist immer nur Chaos, wenn man schauen möchte. Keine Ahnung. Ich hab kein Bild, also. Ich kann stimmen gerade. Umsache, der eigene Typ heißt Manuel. Ja, ich muss mal neu starten, irgendwie. Klar, komm ich nicht mehr rein. Rechts, rechter Tower. Ich dachte, der ist schon eh schon weg, oder nicht? Nee, der ist schon fast am Zweiten. Naja, der steht gerade am D1. Ich geh nicht kurz back und dann... ...geg nach rechts. Ich geh die Save-Passage hier. Meine Power growth. Wir müssen mal hier ein bisschen mehr warden. Wir können halt den Camava drauf. Ja, die Moe ist schon drauf. Die Moe ist ein Killer, Alter. Ja, die Moe ist schon. Links wird wieder gepusht. Ja, Skippation. Schöne Macht. Dann pusht Mitte. Alle Dashes neben die Karte. Pusht Mitte. Blink und Dash, Junge. Oh, links, 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 links. Ich geh back. Links, links, links. Scheiße, Alter. Fält ist doch schon links gegangen. Ja, gegen drei, aber. Komm her, komm her, komm her. Wir sind 10.000 Minions, Alter. Was denn? Wir sind 10.000 Minions, Alter. Wir sind 10.000 Minions, Alter. Der andere ist Slow, will nicht kommen. Jetzt hab ich jetzt meine Runde her, sonst hätte ich noch schön eine Runde aufmerklingen können. Ich bin ein Elfbar, hein, Alter. Die ist komisch. Nein, Mann. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Schön, schön. Alter hat die Dumplinke. Die doofe Sau. Was bauen jetzt noch im Terminus? Also ich bin im Game, aber ich komm nicht mehr rein. Ach, Digi. Das müssen wir zu viert machen, Alter. Verstehe ich nicht. Ich bin noch drin. Ah, der Drongo ist zum Glück nicht so strong. Raptor, Leute. Stell dir ein Wort auf, mindestens, oder? Der Fangzahn, meinst du? Der Fangzahn. Ja, bleib mal, fancy, mal da. Der Demo fängt schon an. Am Sparrow? Ich bin in der Base. Mach doch mal. Hier, die sind in der Mitte. Aber ich komm jetzt. Ey, pingen kann ich. Ich bin jetzt ne Gadget. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Weiter machen, weiter. Sehr gut. Hier im Jungle. So, mal was pushen. Mitte pushen. Oder Prime machen, wie sagen wir, ich meine, wir sind so zieler. Egal, lass mal. Ich geh, ich geh. Ich geh, ich geh. Ich geh, ich geh. Ich geh, ich geh, ich geh. Ich geh, ich geh. Dann push du mal links, einfach durch. Ich geh mit dem rechts und links verteilen. Der Gelenk ist weg. Noll, kommt ja gar nichts mit. vor sich zukunftsliefernstie kommt da ich sehe nichts weil jetzt geht ihn doch der da waren die denn am ulken das war ja richtig lost hört ihr meine pings ne wir waren noch nur drei Leute jetzt der Fatal der versucht lieber Minions zu last tippen schon mal 40% ich hab vielleicht ne ganze Tüte Gummibärin gegessen jetzt holen sie unsere Mitte darf man die Mitte bitte der hat ja hin er hat ja hin porten können aber er hat lieber noch gewartet bis die Minions lowlife sind damit er sie last tippen kann das muss ich verstehen die wollen jetzt unbedingt links also zwei waren mindestens links lassen wir das in den Jungle liegen oder die machen auch fein ich werde mal auch fein brauchen ich hab Ulti machen die da sind sie links ne ne die sind hier links lass mal auf Countess zuerst ich bin noch nicht da gell ich bin noch gar nicht da sub-sebat Sparrow komm in den Jungle rein komm in den Jungle rein sagste so einfach wenn beide Aua auf Aua ich muss weg ich muss weg ich muss weg dann push mal ja dann push rechts push links ist egal das sind innenpolen irgendwas machen kommt zu dir ist mir sicherer sonst nichts wird kommt zurück machen wir haben alle lanes gepusht die sind zu zweit in der mitte am fighten bei mir passt der ding blink rum und stopp war ich dachte jetzt geholtet die mode ich dachte der jetzt die minions aber meine schuhe warum bin ich der einzige der schaden am chor macht leute mal schauen wir jetzt eine minute zeit ich will das spiel einmal kurz deinstallieren dauert ungefähr zwei minuten dann ist das fertig zwei minuten das ist fünf und sechs oder geil zwei minuten und Das war's.